Hochheim am Main ist eine Stadt im Main-Taunus-Kreis in Hessen und liegt zentral im Rhein-Main-Gebiet zwischen Frankfurt am Main und Mainz. Geografie Geografische Lage Die Stadt Hochheim liegt etwa 35 Metern über der Unter-Main-Ebene auf einer Geländestufe am Südrand des Main-Taunus-Vorlandes. Der Südhang dieser sich auf etwa 5 Kilometer Länge erstreckenden Geländestufe besteht teilweise bis dicht ans Mainufer aus Weinbergen. Von den Weinbergen und vom südlichen Stadtrand gibt es eine Fernsicht bis Darmstadt zur Neunkircher Höhe im Odenwald, zu der markanten Spitze des Melibokus an der Bergstraße in 38 Kilometern Entfernung und schließlich bis Oppenheim in Rhein-Hessen. Die Stadtsilhouette ist aus südlicher Richtung weit sichtbar. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Großstädte Frankfurt am Main, Wiesbaden und Mainz. Hochheim grenzt im Norden an Hofheim am Taunus, im Osten an Flörsheim am Main, im Süden getrennt durch den Main an Rüsselsheim am Main, Bischofsheim und Ginzheim-Gustavsburg sowie im Westen an die Ortsbezirke Mainz-Kostheim und Delkenheim der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Hochheim besteht aus der Kernstadt Hochheim, der um den Bahnhof am Mainufer angesiedelten Südstadt, die durch Weinberge von der Hochheimer Altstadt getrennt ist und dem 1977 eingemeindeten Stadtteil Massenheim mit ungefähr 1500 Einwohnern. Seit dieser Zeit gehört auch das Wiesbadener Kreuz zum Hochheimer Stadtgebiet. Geschichte In Hochheim wurde ein keltisches Fürstengrab gefunden. Zur Römerzeit war das Gebiet bereits dicht besiedelt und der Weinbau wurde eingeführt. Der Name Hochheim geht auf die im 4. und 5. Jahrhundert dort siedelnden Alemannen zurück, auf die die Franken folgten. Hochheim wurde 754 während des Todeszugs von Bonifatius erstmals erwähnt. Massenheim wurde erstmals 819 als Geschenk an das Kloster Fulda erwähnt. 1273 wurde das Dorf Hochheim vom Kölner Domkapitel an das Mainzer Domkapitel verkauft. Im Jahr 1484 verlieh Kaiser Friedrich III. das Recht jährlich zwei Märkte abzuhalten. Beim Reichsdeputationshauptschluss fiel Hochheim 1803 an das Fürstentum Nassau Singen, das 1806 mit dem Fürstentum Nassau Weilburg zum Herzogtum Nassau vereinigt wurde. Am 9. und 10. November 1813 fand am Hochheimer Kippel die letzte Schlacht der napoleonischen Truppen vor ihrem Rückzug aus Deutschland statt. Es wurden 1800 Opfer auf französischer Seite und mehr als 200 auf der Seite der Alliierten beklagt. Eine Gedenkausstellung war im Rathaus der Stadt Hofheim am Taunus im April und Mai 2014 zu sehen. Ab April 1817 war Hochheim Sitz eines herzoglich-nassauischen Amtes und seit 1820 wird der Ort als Stadt geführt, ohne dass sich die Verleihung der Stadtrechte urkundlich nachweisen lässt. Nach der Annexion des Herzogtums Nassau durch Preußen im Jahr 1866 kam Hochheim zur preußischen Provinz Hessen-Nassau. Die bisherigen nassauischen Ämter wurden zu Landkreisen zusammengefasst. Hochheim gehörte zunächst zum Main-Kreis und später zum Landkreis Wiesbaden. Bei dessen Auflösung im Jahr 1928 wurde die Stadt dem Main-Taunus-Kreis zugeordnet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Hochheim mit der ehemaligen preußischen Provinz Nassau Teil des neu gegründeten Landes Hessen. Am 1. Januar 1977 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Massenheim eingegliedert. Kultur und Sehenswürdigkeiten In Hochheim und Massenheim wurden 185 kulturhistorische Objekte unter Denkmalschutz gestellt. Dazu gehören als Gesamtanlagen die Altstadt von Hochheim und der Dorfkern von Massenheim mit vielen restaurierten Fachwerkhäusern. Für den ungestörten Blick auf die Gesamtanlage Hochheim gelten die zum Main-Nach-Süden abfallenden Weinberge als schützenswerter Grünbereich. Seit der Niederlegung der Stadtmauer zu Beginn des 19. Jahrhunderts blieb die Ansicht von Süden unverändert. Die Stadt wuchs seitdem nur nach Norden, Osten und Westen. Blickfang in der südlichen Stadtsilhouette ist die Kirche St. Peter und Paul, eine im Stil des Barock gehaltene Kirche mit Fresken des 1725 in Sülflingen geborenen deutschen Barockmalers Johann Baptist Enderle. Im Jahr 2005 wurde die 1999 begonnene Restaurierung der Fresken beendet. Als Teil des Regionalparks Rhein-Main steht nördlich von Hochheim im Gebiet des Kiesgrubengeländes Silbersee die 2001 eingeweihte Hölzerne, Aussichtskanzel Vogelnest. Über 40 Stufen einer stehlernen Wendeltreppe gelangt man zur 7,5 Meter hohen Aussichtsplattform, die einen guten Rundumblick in die Umgebung bietet. Circa 600 Meter östlich des 10 Meter hohen Aussichtsturms befindet sich in Sichtweite der Spielpark Hochheim mit einer 15 Meter hohen Tunnelrutsche, dem 13 Meter hohen Tarzanschwinger sowie weiteren Attraktionen. Politik Die Kommunalwahl vom 6. März 2016 lieferte folgendes Ergebnis. Bürgermeister seit 1. Oktober 2014 amtier Dirk Westert als Bürgermeister. Er wurde am 25. Mai 2014 obgleich FDP-Mitglied als unabhängiger Kandidat mit 59,6 Prozent der Stimmen in einer Stichwahl gegen Gerrit Hohmann gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 51,7 Prozent. Im ersten Wahlgang am 11. Mai 2014 konnte Dirk Westert 42,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Seine Vorgängerin die vom 1. Oktober 2002 bis zum 30. September 2014 amtierende Angelika Munk kandidierte nicht zur Wiederwahl. Hochheim unterhält seit 1987 eine Partnerschaft mit der im Département Waokluse in der Nähe von Avignon gelegenen Stadt Lepontet. Weiterhin bestehen Städtefreundschaften mit der ungarischen Stadt Bonnihet im Komitat Tollnau und der thüringischen Stadt Köllida. Wirtschaft Der Wirtschaftszweig dem die Stadt ihre Bekanntheit in erster Linie verdankt ist der Weinbau. Der Name der Stadt ist seit einem Besuch der britischen Königin Viktoria im Jahr 1845 im englischsprachigen Raum als Hock zum Synonym für Rheinwein, im Allgemeinen und für Wein aus dem Rheingau im Besonderen geworden. Der Überlieferung nach soll sich wegen des guten Geschmacks der Hochheimer Weine und ihrer nahhaften Eignung am britischen Hof das Sprichwort etabliert haben. A gut Hock keeps auf Addoch sinngemäß. Ein guter Hochheimer ersetzt jeden Arzt oder hält den Arzt fern. Mit 241 Hektar Rebfläche gehört Hochheim zu den großen Weinbaugemeinden im Rheingau. Die Hochheimer Gemarkung bildet das Kernstück der Großlage Daubhaus. Die namhaftesten Lagen sind die unterhalb der Altstadt gelegenen Lagen Domdecheni und Kirchenstück sowie der kleine Königin Viktoria Berg. Der östlich der Stadt oberhalb der Bahnlinie inmitten der Hölle gelegen ist. Dort wo das in neugotischem Stil errichtete Königin Viktoria Denkmal an den Besuch der Queen in Hochheim erinnert. Weitere Lagen sind Berg, Herrn Berg, Hofmeister, Reichestahl, Stein und Stielweg. Hinzu kommt die Lage Schlossgarten in der Gemarkung Massenheim. 80% der Rebfläche sind mit Rieslingreben bestockt, 15% entfallen auf Spätburgunder und 5% auf Kerner, Müller, Thurgau und andere Rebsorten. Das Domdechant-Wernersche Weingut erinnert an die Verbindung zum Mainzer Klerus. Hochheim war im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch ein wichtiges Zentrum der Sektproduktion. So wurde 1837 hier die rheinische Sektkellerei Burgheft bekannt unter der Marke Mumt gegründet, die sich heute im Besitz der Rotkäppchen-Mumm-Sektkellereien befindet. 1877 kam das Sekthaus Karl Greger hinzu. Jährlich steht die Stadt Anfang November im Zeichen des Hochheimer Marktes eines der größten Herbstmärkte in Deutschland. Er wird seit 1484 abgehalten und ist für ein Wochenende von Freitag bis Dienstag mit einer Mischung aus Kram, Vergnügungs- und Wehmarkt-Anziehungspunkt von fast einer halben Million Besucher. Am 1. Juli Wochenende findet ein Weinfest in Hochheim statt, das über 100.000 Besucher anlockt. Die wirtschaftliche Struktur der Stadt Hochheim war seit dem Zweiten Weltkrieg einem Städtenwandel unterworfen. Das international bekannteste hier ansässige Unternehmen ist Tetra Pak, das hier seit 1965 den Sitz seiner Deutschlandzentrale hat. Persönlichkeiten Folgende Personen wurden in Hochheim geboren, wirkten aber hauptsächlich andernorts. Johannes Selenka, Buchbinder und Wegbereiter der Handwerkerbewegung in Braunschweig. Sigmund Aschroth, Kaufmann, Industrieller und Immobilienunternehmer in Kassel. Ferdinand Rab, Industrieller in der Braunkohlenindustrie. Dieter Hummel, Sektproduzent und Verbandspräsident. Franz Kras, Opernsänger, lebte bis kurz vor seinem Tod in Hochheim am Main, starb in Rüsselsheim. Valentin Petri, Radsportler. Rolf Selzer, Politiker. Verkehr. Am westlichen Stadtrand verläuft die Bundesautobahn 671 mit den Anschlussstellen Hochheim Süd und Hochheim Nord. Durch die Stadt führt die Bundesstraße 40 nach Mainz im Westen und Flörsheim im Osten. Nach Flörsheim und Wiesbaden-Delkenheim führt außerdem die Landesstraße 3028. Die Stadt liegt innerhalb des Rhein-Main-Verkehrsverbundes an der Taunoseisenbahn. Am Bahnhof Hochheim halten Züge der Linie S1 der S-Bahn Rhein-Main zwischen Rödermark-Oberroden, Frankfurt am Main und Wiesbaden. Der Bahnsteig zu den Gleisen 2 und 3 an dem Züge Richtung Frankfurt am Main beginnen und halten und aus der Richtung von Frankfurt am Main enden, ist nicht barrierefrei. Hochheim ist Teil des Pilotgebietes im Regionalpark Rhein-Main mit mehreren ausgebauten und geplanten Radwanderwegen, von denen folgende durch die Stadt bzw. am Mainufer entlang führen. Der hessischen Radfernweg R3 führt unter dem Motto auf den Spuren des Spätlesereiters, entlang von Rhein-Main und Kinzig über Fulda-Nachtern in der Rhön. Auf dem Teilstück bis Eltwill und Hochheim am Main führt der R3 über die Rheingauer-Riesling-Route. Der Mainradweg führt von den Quellen des Weißen und Roten Mainz bis nach Mainz zur Mündung in den Rhein, die der Route 5 von Saarbrücken über Trier, Koblenz, Mainz, Frankfurt am Main, Würzburg und Bayreuth bis zur tschechischen Grenze.